Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es auf Barsch, wieder mal vom Ballyboot. Und die große Frage ist, wie gut liefert ein Fake-Produkt in Form dieser Grundel im Gegensatz zu dem Original von einem japanischen Hersteller ab? Ich bin gespannt, wer heute, denke ich mal, zum größten Teil diese Fake-Grundel, wenn ich sie mal so nennen darf, fischen. Und wir werden einfach mal gucken, ob die Barsche drauf abfahren, wie der Köder funktioniert und ob es irgendwelche Differenzen gibt. Mal schauen, ob es geht. Es ist noch früher am Morgen. Viel Spaß beim Video. Ja, dann kann der ganze Spaß schon mal losgehen. Ich werde jetzt hier mal eine Grundel oder einen Köderer machen, der ein bisschen heller ist. Hier mit so einem gelben, auffälligen Schwanz. Ist ja noch nicht ganz so hell. Und dann schauen wir mal, ob wir Barsche finden und dementsprechend auch welche fangen. Bin auf jeden Fall gespannt. An einer anderen Route habe ich mir jetzt so einen Jigspinner montiert. Man weiß ja nie, auf was die Barsche stehen. Kann ja auch sein, dass sie keine Grundel möchten. Und dann kommt an der letzten Route, an der Cherrypicker Cast, mein Chatterbait hier ran. Auch immer eine gute Möglichkeit, dicke Barsche zu fangen. Stehen die Barsche ungemein drauf, auf diese Vibration. Und das wird jetzt hier einfach mal schon mal klar gemacht. Falls die Grundel nicht genommen wird, probieren wir es auch mit anderen Ködern. Ja Leute, und was ist das für ein Sonnenaufgang? Ich meine, der ist noch nicht mal ganz da. Man sieht aber schon, was auf uns zukommt. Underrated, würde ich behaupten. Alle stehen immer auf Sonnenuntergänge, aber Sonnenaufgänge sind underrated und auch dementsprechend richtig geil. Boah, gibt's gar nicht. Jetzt nochmal gejickt. Schweinehunde, so richtig Bock haben sie nicht. Also was ja wirklich cool ist am Live-Scope. Man sieht, wie die Fische reagieren, wie sie ticken und so weiter und so fort. Und was man grundsätzlich sagen kann, ich spreche jetzt hier mal von diesem Natursee. Dicke Barsche, auch über 45 cm, sind keine Einzelgänger. In den seltensten Fällen. Aber wenn es Einzelfische sind, reagieren sie. Sie schwimmen auch kurz hinterher, aber in der Regel beißen sie einfach nicht. Ich glaube, dann fehlt einfach dieses neidische Fressverhalten. Dass sie sich da duellieren und sich denken, ja gut, wenn ich den Snack nicht bekomme, bekommt es mein Kumpel. Aber große Barsche sind auch im Schwarm unterwegs und ich rede hier von 45 cm aufwärts. Schon Sperme gesehen von 40 plus Barschen in großen Naturseen, die klar sind. Da sind 150, 200 Tiere, 40 cm lang. Und da holt man sich einen raus und die sind einfach so schlau und misstrauisch. Du kannst reinwerfen, was du willst. Die nächsten 5 Minuten, es passiert gar nichts. Es ist gar nicht so einfach, weil die Tiere schlau sind. Man muss es wirklich sagen, Barsche sind richtig, richtige Leuchten. Die Gründel hat zugeschlagen. Ich glaube, ihr habt 40 plus dran. Umso mehr Fische das sind im Schwarm, umso aggressiver sind sie. Alter, es ist eine Kalosche von Barsch. Also wenn der keine 45 plus hat. Die Gründel ist komplett drin. Die Gründel hat es gerichtet. Die Fake-Grundel. So, es hat wirklich geklappt noch. Schöner 43er, der erste Barsch heute. Ich befinde mich jetzt hier direkt vor der Krautkante, wo das Kraut quasi aufhört und dann in sandigem Boden übergeht. Und hier kommen die dicken Barschtrupps immer hinterher. Das war jetzt ein Paradebeispiel. Bestimmt so 10, 15 Fische, 40 plus. Und die Gründel drüber geworfen. Dann hat man gleich gesehen, wie die Fische reagiert haben. Und dann streiten die sich richtig drum. Und einer scherbelt rein. Aber gut, ich habe jetzt trotzdem 3 Stunden gebraucht, um den ersten Barsch zu fangen. Den nächsten Schwarm, den ich sehe, werde ich jetzt mal mit einem Jig anwerfen und einem schönen Gummi-Fisch. Deck-Shed für Barsch. Richtig geile Farbe, schön voluminös. Kann man auch sehr gut für sowas verwenden. Und wir gucken mal, ob die Barsche darauf stehen. Schwimmt so schnell. Ihr seht es. Alles voller super Fische. Die schon wieder vor mir wegschwimmen. Runter, 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 runter. Jetzt gucken sie. Jetzt haben sie es gesehen. Jetzt kommen sie hoch. Kommt, Leute. Oh, der war dran. Es war einer dran. Jo, jetzt hängt er. Geil. Auf dem Deck-Shed von Revolution-Tickle. Die kommen alle hinterher. Oh, der steht aber auch gut, du. Wir haben eine Power. Es ist so geil. Alter. Ist der fett, der Barsch. Leute, ich kann es nicht glauben, dass eine Kalosche hat sich den Deck-Shed in einer meiner Lieblingsfarben reingezogen. So geil. So, ich bin happy. 43 und 45. Zwei wunderschöne Fische schon mal im Kescher. Und diese voluminösen Köder wie die Grundel oder den Deck-Shed hier am normalen Jig. Einfach eine Bank für dicke Barsche im Sommer. Das decken die sich halt gerne weg. Schöne Größe. 8 bis 10 cm. So, roundabout. All in hier. Ein richtig geiler Tag. Jetzt kommt hier noch die Sonne raus. Das spielt mir sicherlich auch noch in die Karten für die nächsten 2-3 Stunden. Ich versuche es jetzt wieder mit meiner Grundel, mit der ich den 43er-Folgen gefangen habe. Der einzige Unterschied, der mir übrigens aufgefallen ist zwischen Original und dem Fake-Produkt ist, dass beim Original halt der Firmennamen hinten drauf steht. Und beim Fake-Produkt gar nichts. Laufverhalten ist wie das Original. Ich hatte mal eine, die beim Absinken nicht so wirklich gepaddelt hat. Also da war die Aktion ein bisschen schlechter. Was aber grundsätzlich nicht so schlimm ist, weil die Bisse kommt überwiegend beim Kurbeln. Also nicht beim Absinken, sondern wenn man aktiv den Köder führt. Ja, die aktuellen Köder, die ich hier habe, die laufen einfach wie das Original. Funktioniert einwandfrei. Kosten nur die Hälfte knapp. Wow, no way. Fass. Alright, my friend. Der hat sich den aber weggesnackt jetzt gerade unter dem Boot. Das war eine knappe Nummer. Der Köder ist schon weg. Da ist die Grundel. Geil. Da ist der Fisch ein bisschen schlanker diesmal, aber 40 sollte er haben. Wie gesagt, wieder auf die Grundel. Die Fake-Runde steht dem Originalen nichts nach. Die rasiert einfach. 42, 43, 45 kann sich sehen lassen. Hoch. Oder nicht. Nee, vom Schwaben nicht. Aber hier habe ich nochmal einen richtig dicken vor mir. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Krass. Kommt jetzt. Oh, kommt hinterher. Das ist ein richtiges fettes Vieh. Auch wie am Barsch. Alter, da hat der Instant reagiert. Ist der Fett. Ich gehe echt vor die Hunde. Schon wieder auf die Grundel. Hey! Mein Name ist Kastan, der bist du! Alter, der hat die Grundel drin. Guckt euch das mal an hier. Geil. Ey. Ist der Fett oder ist der Fett? 42 Zentimeter. Mittlerweile ist richtig schön die Sonne rausgekommen. Ich konnte mein Hoodie ausziehen. Noch ein bisschen Vitamin D tanken hier. Windiger ist es geworden, was jetzt nicht so schlimm ist. Ich verstecke mich hier so ein bisschen hinterm Schilfgürtel. Wo der ablandige Wind dann halt herkommt. Suche jetzt mal weiter, ob ich noch ein paar schöne Barsche finde. Aktuell ist so ein bisschen Flaute. Ist vielleicht so ein Mittagsloch. Aber wir gucken einfach mal, was noch geht. Ich glaube, hier hinten kommt gerade ein Wels an. Ich habe ja letztens ein Wels gefangen. Meter 44. Ich werfe ihn jetzt einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Der Köder ist jetzt da. Der Wels bewegt sich auch. Wahrscheinlich hat er sich gemerkt, dass er keine Grundel mehr fressen sollte. Ich mache jetzt mal die große von Megabass ran. Mit 10 Gramm Rute Wels anwerfen. Das ist genau mein Ding. Ach du Scheiße. Reagiert aber nicht. Egal. Ausgeschnitzt. Oh, der nächste ist dran. Alter, ist das krass. Ein verloren und der nächste kaffelt voll rauf. Das war ja krass. Da ist die Grundel. Gut. Der vierte, nee, der fünfte, 40er ist jetzt im Kescher. Der hat auch keine Lust auf den Fotoshoot hier. Der ist der gute. Richtig schöner Fisch wieder. Leute, Leute, Leute. Auch wieder instant reagiert der Forti, der hier kommt. Der hat richtig Power. Ich glaube, das wird mein größter heute. Der steht ja fast. Jawohl. Und wieder auf die Grundel ist der Anruf. Da ist er. Geil. Was für eine fette Kalosche. Hat er sich die Grundel gerade weggeschürft? Die ist gerade im Kescher schon aus dem Maul gesprungen. Habe ich Glück gehabt. Ich habe ihn kurz gemessen. Auch ein 42er. Ich hätte gedacht, das ist mein größter. Der hat richtig gut gekämpft. Gibt's gar nicht. Ah, der ist abgegangen. Next one. Next biggie. Auch ein starker, starker Fighter. Die Fake-Grundel ist hier nur am Rasieren heute. Was für nice Fische sind das. Ein Glück hat er gleich losgelassen. Glatte 40. Richtig geil. Bin so happy. Was ein Tag. Also Leute, die Fake-Grundel, die rasiert hier wirklich einen weg. Die funktioniert einwandfrei. Ich würde behaupten, die ist mindestens genauso gut wie das Original. Das ist kein Schutziger. Das ist kein Schutziger. Ich glaube, ich habe mir den kleinsten aus dem Schwarm gezogen. Alright Leute, für mich heißt es jetzt einpacken. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video. Ich konnte einige Dickbarsche fangen. Sieben Stück über 40 cm und zwei bis drei Mitte 30er. Hat richtig Laune gemacht. Richtig schöner Tag. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt gerne den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Haut rein.